Servus Wiesnraudy TV, neben mir steht jetzt die Barbara Meier. Hallo Frau. Hallo. Wir sind jetzt hier gerade vor der Käfers Wiesn-Schenkel, kurz vor dem Almauftrieb und du bist heute mit dabei. Ja. Ja. Worauf freust du dich denn am meisten? Ich freue mich Freunde zu treffen. Es ist hier so, beim Almauftrieb trifft man Leute, die man das ganze Jahr in München nicht sieht. Obwohl wir alle hier wohnen, sieht man sich nie. Und hier kommt halt einfach jeder zusammen. Es ist so gemütliches Zusammensitzen und Ratschen und Austauschen, was so passiert ist. Es ist einfach freundlich und gemütlich und schön. Okay. Und ein bisschen Bier trinken? Ein bisschen. Vielleicht ein Radler oder ein halbes, aber ich brauche da gar nicht so viel und ich habe gern so Spaß, ohne unterm Tisch zu liegen. Ja, das ist ja auch richtig so. Auf der Wiesn kann man schon mal ein bisschen Gas geben. Gehst du denn öfter auf die Wiesn? Ein paar Mal. Jetzt nicht jeden Tag und ich bin auch nicht von morgens bis abends da, sondern immer mal wieder und aber eher gemütlich. Jetzt nicht so Party und am nächsten Tag Kater, das ist nicht so meins. Okay. Jetzt kennt man dich ja von Germany's Next Topmodel. Ja, sorry. Ja. Ich muss leider sagen. Oh, schade. Aber es war ganz nett mit dir. Ja. Dann viel Spaß heute. Dankeschön. Ciao. Bis später. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020